Norddeutscher Rundfunk 2021 Deep in my past, there is a story that has never let go of me. An die Stadtpolizei Zürich. Gerne möchte ich die Akte meiner Mutter einsehen. Ich habe da auch sehr stark angefangen. Über so unangenehme Themen, möglichst wenig zu reden. Nur wenn man muss. Das ist alles von Mami? Jawohl. Das habe ich wohl nicht gewusst. Ja, ja. Die Kamer ist mir nicht als die typische Spanierer rübergekommen. Sehr gut, euch einpasst. Hola, que tal? Si, ahora, si, si. ¿Crees que en España sería todo más feliz o mejor? Si, si, por supuesto. Porque ella tenía amigas, conocía el idioma, se relacionaba y tenía contactos. Y nadie le hubiese hecho eso. Siempre estaba bailando y cantando y ella quería ser, tenía la cabeza que quería ser artista. Estoy mejor sin hablar con nadie. Y de hecho no, no podía ser, eso no es, eso es contra natura. Yo no sabía nada. No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020